Jo, hallo Mökel, hallo, hui, was geht? Du bist ja richtig im Urlaubsmodus, wir müssen uns aber jetzt zusammenreißen, ne? Bro, guck dir das wieder an, was, ich komm wieder an. Ich weiß, Bro, wir haben eine richtig, richtig krasse März, wo wir quasi weiterfahren müssen. Und richtig, richtig schöne Autos, guck dir das alles an. Alter, was sind das alles für Autos hier, Bro, ein Hulk-Auto. Was, das hab ich noch nie gesehen, ne? Das hab ich auch noch nie gesehen. Ich würde einfach sagen, wer quasi öfter rüberkommt, gewinnt später das Hulk-Auto. Wollen wir einfach direkt mal anfangen? Ja, fangen wir an. Wir haben übrigens auch noch die Möglichkeit, hier die special Monster Trucks-Files zu schalten, wenn wir jedes Mal dreimal rübergekommen sind. Meiner sieht cooler aus, sag ich da. Meiner ist mir clean, guck dir das an. Ich spawne jetzt mein random Vehicle. Spawne jetzt mein random Vehicle rein, ich bin ready. Let's go, oh mein Gott. Was, der kann schlägen? Starkes Auto, starkes Auto. Okay, dann spawne jetzt auch mal mein random Vehicle rein. Und, oh, ja. Oh, oh, stark. Alter, das ist ein Zukunfts-Bugatti oder sowas, ne? Für mich ist es eine Free-Round. Eigentlich, ich brauch nicht mal auf dich warten. Ey, für dich ist es echt eine Free-Round. Ich beschädige nicht mal die Bahn. Oh, ich schon, guck mal. Oh Gott, ich beschädige die Bahn. Oh, ich kann, ich komm aber anscheinend, ich komm sehr easy rüber, muss ich sagen. Ich komm richtig easy rüber. So. Ich packe das Auto mal hier, ne? Ich packe jetzt auch direkt mein Auto. Das Bugatti war relativ leicht. Ich glaube, es ist schwer, wenn man richtig, richtig schwere Fahrzeuge hat, Bro. Let's go, lass rüber. Ja, Mann. So. Willst du schon jetzt hier ein random Fahrzeug aussuchen oder wollen wir wieder eins rein spawren? Nö, ich würde, also ich wäre wieder noch für ein random. Auf jeden Fall. Das ist ein zufälliges Fahrzeug. Dann fragen du, bis wann? Alles klar, dann spawne ich mal mein random vehicle rein. Oh mein Gott, Bro. Bro, das sieht gefährlich aus, dass du mit der Schnauze unter Wasser fangen könntest, ne? Ja, da hast du aber recht, wenn ich da irgendwie so unter den Baum grabe. Und noch ein klinges Auto. Und was kriegst du, was kriegst du? Ich bin gespannt. Oh, ich spawne jetzt mein Fahrzeug. Let's go. Oh mein Gott, Bro. Ja, ist in Ordnung. Könnte schnell sein, oder? Ich mein, ist ein schöner Mustang 5.0 GT, alles am Start. Der kennt sich ja aus mit allen Fahrzeugen. So far mit nebeneinander, ne? Ich will das High-Ausgleich bekommen, Bro. Komm, drei, zwei, eins. Let's go. Aus dem Weg. Ich weiß es, ich will lieber vorsichtig rüberfahren, würde ich sagen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bro. Ich bin durch die Rampe am Anfang gefallen. Nein. Ja, das zählt. Ich bin unter Wasser jetzt. Du musst jetzt, weil ich entscheide, dass du jetzt das Auto nehmen sollst. Und ich mach dir ganz kurz ne kleine Sache hinten dran. Nicht gucken. Wie? Okay, ich guck weg. Da kriegst du was Cooles dran. Du wirst sehen, das wird dich begeistern. Ah, jetzt sieht man das gar nicht. Nicht hingehen. Nicht hingehen. Ja, oh Mann. Das war... Warum zerschlöschst du jedes Mal Autos? Ich wollt so hier machen. Ja, nö. Ja, nö, nö, nö. Das möchte ich jetzt nicht. Ich glaub, den Wagen kannst du nicht mehr benutzen. Ja, dann machen wir random. Nö, ich möchte nicht, dass du mir eins aussuchst. Mann, okay, ja gut. Okay, dann machen wir random Fahrzeuge. Bist du ready? Ich bin ready. 3, 2, 1. Random. Oh. Was? Was ist das, Bro? Ist das von GTA? Nee, oder? Ich glaube, ja doch. Das ist der... Cheater. Wie heißt der? Das ist der Cheater Classic. Und der hat eine spitze Schnauze. Und ich hab... Oh mein Gott, Bro. Bro. Okay. AMG GTR, glaub ich, ne? Halt diesmal du vor. Let's go. Okay, ich fahr vor. Ey, ich hab, glaub ich, so einen AMG Black Edition, ne? So. Warum fährst du wie ein Rentner, Bro? Alter! Was machst du? Nein. 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 Bitte. Bitte. Das ist nicht dein Ernst. Du bist gesunken. Ich bin unterm Wasser. Nein. Nein, du hast hier eine Lücke reingemacht. Bro. Nein. Ja. Ich bin unter Wasser. Nein. Ey, toll, mein AMG Black Series unter Wasser. Das kann nicht sein jetzt. Ja, ach Mann. Ey, das kann nicht sein, dass ich jetzt nur ein einziges Mal rübergekommen bin, Bro. Das war gar nichts. Das war gar nichts, die Runde. So. Oh. Okay. Ich fahr einmal für dich hin. Okay, dann fahr ich auch für dich hin. Okay, diesmal würde ich sagen, wir nehmen ein Auto aus der Reihe. Ja, okay. Okay, du darfst jetzt eins aussuchen, sag ich. Ich such dir eins aus. Ich such mir eins aus. Ich glaube, ich gehe mit dem Motorrad, weil ich glaube, ein Motorrad ist schon strong. Oh, okay. Weißt du, ich gehe aber mit dem Bananenmobil. Da kennst du dieses Bananenboot immer. Einig ist ja mein Auto, ne? Aber ich glaube es dir. Ich weiß, ich weiß. Okay, ich gehe ganz kurz rein hier. Sekunde. Zack. Okay, ich steig ein. Okay, ich steig ein. Oh. Oh. Oh yeah. Oh. Oh. Alter Schwede. Und du kommst mit dem komischen Motorrad voll weit, Alter. Ja, 3-1, Bro. Ey, unvereinfach. Warte mal, ich habe die drei ersten, oder ich habe jetzt meine drei ersten Wins. Bedeutet doch, ich dürfte den Monster-Druck nehmen. Du dürftest theoretisch jetzt den Monster-Druck benutzen, ja. Mann, ich bräuchte hier erstmal ein Trost-Eis. Ich habe nur so richtig blöde... Ey, warum schmerzt du gegen meinen Kopf? Ich habe nur so blöde Fahrzeuge. Nicht nett, nicht nett. So, aber vielleicht schaffst du es diesmal. Ja, okay. Das heißt, ich gehe jetzt mal auf die linke Seite. Auf die linke Seite ist die Glücksseite. Und ich spau mal ein random Fahrzeug rein. Oh. Könnte stark sein. Aber es ist ein schweres Auto. Alter, es ist zu schwer. Ja, es ist halt... Ich glaube, es geht um das Gewicht. So, aus dem Weg. Oh mein Gott. Ich bin von Zeit. Mit dem Range Rover ganz easy. Oh, vorsichtig. Bro, du bist... Oh mein Gott. Nein, du schaffst mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bitte nicht. Ich gehe unter gleich. Du bist rausgekommen. Das glaube ich nicht. Ich habe es doch irgendwie geschafft. Ich komme ja gerade rüber mit dem Teil. Oh mein Gott. Aber, aber... Darf ich dich in meiner privaten Garage begrüßen? Äh, natürlich darfst du das. Guck dir diese schönen Autos an, mit denen ich schon gewonnen habe. Das Ding ist, ich sage dir einfach nur, Qualität vor Quantität, ne? So, sagt man nicht. Ich meine, du könntest dir jetzt natürlich auch schon deinen Monster Truck aussuchen, ne? Das Ding ist, es sind noch sehr, sehr viele Hölzer im Wasser. Manche natürlich auch schon draußen. Ja. Aber ich... Das wird noch nicht Zeit dafür. Sage ich dir so, wie es ist. Okay, dann drücke ich mir auf jeden Fall hier das schöne Random Vehicle rein. Was kriege ich für ein Fahrzeug? Oh. Hmm. Ja. Weiß ich nicht. Weiß. Ich bin jetzt auch nicht gerade so sicher, ob das so gut ist. So, jetzt kommt mein... Was glaubst du, bekomme ich was Gutes? Bestimmt irgendwas krasses, Bro. Kriegst auch noch irgendwas richtig krasses. Die wollten, dass ich den Monster Truck... Hä? Was hast du gemacht? Hä? Da war ich. Raus aus meinem Monster Truck. Das war ein Zaubertrick. Das war ein Zaubertrick. Okay. Okay, dann zeig ich dir. Und was hast du mit dem Fahrzeug... Ohohohohohohoho, Bro... Nein, Bro, ich direkt direkt. Piu! Ey, was? Ey, aber das Ding ist, ich bin jetzt auch dreimal rübergekommen. Ich hab grad schon ein bisschen Bock beim Montagrad auszupacken. Guck mal, ich hab jetzt fünf. Ja? Und ich darf dir ab fünf eigentlich eins dieser Autos aussuchen, die wir drüben haben. Stimmt, hast recht wieder, ja. Komm mit rüber. Ach nein. Okay. Ja, welches denn? Da du auch viel Leid mir über tust, komm mit. Oh nein. Du kommst mit. Nein. Wie soll ich dich nennen? Little Leon? Klein Leon? Nein, Bro, was ist denn das? Setz dich rein. Was ist denn das, Bro? Ey, Bro, das ist ja... Das hast du immer ein bisschen aufgetunt hier, oder was? Ey. Seitenspiegel sogar. Ey, das ist ein Fang. Okay, also das... Ich muss sagen, lass mir schon ein gutes Auto aussuchen. Dann spau du mal einen Random-Vickel rein. Ich spau meinen Random-Wagen rein. Mein... Zack. Gugu Gaga. Gugu Gaga. Was bist du denn? Was bist du denn für Fahrzeug? Gugu Gaga. Ey, was? Hey, Bro, du hast ein deutsches Kennzeichen. Was ist das denn Auto? Ich hab keine Ahnung, aber sowas hab ich noch nie gesehen. Okay. Wir warten damit. Bro, du bist schnell. Gugu Gaga. Gugu Gaga. Gugu Gaga. Gugu Gaga. Gugu Gaga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du hast jetzt genug Schwung, um rüber zu kommen. Oh nein. Witzig. Ja. Nein, mein Auto ist aus. Dreck da vor, Bro. Nein. Stark, stark, stark. Aber war knapp. Ey, Mann, mein Baby-Auto. Ey, das kriegst du gleich zurück. Das war echt so blöd von dir, Alter. Okay. Pass auf, ich spoine das beste Random-Vickel, was du jemals gesehen hast. Hau raus. Boah. Okay. Äh. Normales GTA-Auto. Aber, vielleicht ist es da hilfreich auf normalen. Es ist wieder spitz. Und du weißt, dass mit deinem letzten spitzen Wagen passiert ist, ne? Ja, der liegt jetzt gerade unter uns. Ich weiß. Ich weiß, ja. Zack. Oh nein. Ich bekomm doch nicht mehr Lowrider. Alter, extra tief. Aber du könntest theoretisch da so springen, ne? Ja. Ich würd. Alter. Okay, warte. Wir gehen ja hier kurz. Das ist der Trick. Pass auf. Pass auf. Hau rein, Bro. Hau rein, Bro. Ich komm nicht mehr drüber. Nein, 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 nein. 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 Du bist, ich sag doch deine Spitze. Nein. Aber ich bin sehr, sehr schwer. Nein. Oh mein Gott. Nein. Nein. Titanic, Bro. Du hast die Holzblöcke hier nach unten getrieben. Ich war's runtergefallen. Ich weiß, Bro. Ich bin unter dem Meer. Gib Gas. Das Baby aus. Ich kram das Baby aus vorweg. Oh, du kommst einfach viel weiter als ich, Bro. Was ist das? Weg damit. Das Baby aus. Nein. Nein. Ja. Nein. Ja, Bro. Jetzt wirst du locker da festhängen. Warte, Reifen durchdrehen. Reifen durchdrehen lassen. Reifen durchdrehen lassen. Ich komm hier nicht weg. Ja, du musst Lowrider machen. Geht nicht, ne? Okay. Ich schaff's. Nein. Nein. Ja. Oh Mann, Alter. Ich will doch einfach nur rüberkommen, Bro. Und dir ein richtig egliges Fahrzeug verpassen. Weißt du was? Ich bin fair. Ja. Ich hab ja schon 5 Punkte. Du darfst mir auch jetzt, wenn du möchtest, eins aussagen. Oh, ehrlich. Okay, pass auf. Aber nicht troll. Du weißt, wir sind Freunde. Pass auf. Dann... Nein, 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 nein. Okay, du darfst weiter durch. Was? Du musst den RC-Car-Auto nehmen. Oh nein. Den RC-Vandito. Ja, steig mal ein, Bro. Sehr gut. Bro, ich brauch doch gar nicht losfahren. Ich bin doch direkt unter Wasser. Ich weiß, ich weiß. Das ist doch das Ding. Okay, ich spawne deinen Wagen. Und jetzt spawne ich hier. Ui. Oh. Was ist das denn? Oh. Das ist kein GTA-Auto. Das ist, glaube ich, ein GTA-Auto. Aber ein richtig krass ist auch so ein Drift-Deals hier. Okay, ich würd sagen... Ich mach hier kurz ein bisschen Moves. Oh, ist das cool aus. So, bitte nicht überfahren. Achtung. Gut. Du hast mich unter Wasser gehauen. Ey, ich seh dich doch. Mein Auto ist so raucht. Was? Oh mein Gott, ich seh. Ich hab nur unter Wasser Sicht. Was? Bro. Ey, das ist nicht normal. Warte mal. Ich fahr jetzt erstmal ganz kurz hier entspannt rüber mit meinem Wagen. Ja. Perfekt. Ich bin nicht drauf. Was? Wo bist du denn? Ich dachte, ich bin tauchen. Lalalala. Lol, Bro. Hä? Lalalala. Wieso kannst du damit einfach rüberfahren, Alter? Ich bin sogar unterm Wasser gerade gefahren, ne? Hä? Warum kannst du einfach... Oh nein, aber da hinten ist eine Rampe, die ich niemals schaffe, ne? Ja. Bitte, bitte, bitte. Nein. Let's go! Hä? Du bist auch rübergekommen? Hä? Wie unfair ist das denn, Alter? Ey, krank, krank, krank. Na klar bin ich rübergekommen, aber dass du mit dem Teil rüberkommst... Guck mal, wie mein Auto raucht. Siehst du das? Was denn? Siehst du, wie mein Auto raucht? Das ist, weil du am Anfang der Runde auf mich raufgesprungen bist. Ja, ich hab alle meine Mittel probiert, aber pass auf, Murkan. Ich hab noch ein Auto, dann darf ich dir auf jeden Fall noch eins aussuchen. Hahaha. Und das Ding ist, Murkan, noch ein Auto, da können wir nämlich die Monster Trucks auszählen. Hahaha. Okay. Dann. Spawn du mal rein, dein Random Vehicle. Ja. Ich spawn mein Wagen. Und ich... Oh mein Gott, Bro! Ich will nicht wissen, wie schwer das ist. Das ist das schwerste Auto, das wir uns hatten. Das ist eigentlich ein halber Panzer. Oh nein. Okay, komm, hau raus. Okay, jetzt bin ich dran. Random Vehicle und... Oh! Batmobil! Batmobil! Oh, nö. Ich fahr dir... Ey! Nein, 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 nein! Nö! Plattenpole machen! Ich hab hier schusssichere Reifen. Oh mein Gott, das Ding, ich bin aber auch voll schwer, ne? Jupp! Vorsicht! Wir sind das Militär! Oh mein Gott! Einmal bitte Weg freimachen! Nein, 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 nein! Mein Batmobil ist irgendwie voll schwer, ich weiß nicht warum. Oh nein! Nein! Ja! Nein! Nein! Ich hab die Batmobil! Nein! Boost es aus, Batmobil! Du hast mir die Blöcke weggemacht, Bro! Ja, ich bin komplett unter Wasser. Nein! Ich bin komplett unter... Bro, hier ist der Riesen... Nein! Was ist denn? Guck dir das... Hier ist jetzt eine Riesenlücke! Was? Guck dir das an von oben! Du hast die komplette Lücke reingemacht, ne? Bro, wir kommen hier nicht mehr rüber. Drei Tonnen, äh... Wagen. Mann, Alter, dein blöder Wagen hat das alles kaputt gemacht. Also, glaube ich auf jeden Fall. Ich geh auf jeden Fall... Ich geh jetzt für einen Monster Truck. Du geh jetzt... Ich geh jetzt für einen Monster Truck, ja. Aber ich hab doch nicht fünf Autos. Ich hab fünf Autos. Ich werd meinen jetzt schon benutzen, weil... Okay. Da ist eine Riesenlücke. Ich weiß nicht, wo man durchkommt. Ah, okay. Pass auf, Bro. Ich brauch jetzt Fahrzeuge. Was ist das für einer? Guck mal. Ach so, der Monster Truck ist doch krass. Äh! Du darfst einen anderen nehmen. Oh, ich wollte schon sagen. Du darfst einen anderen. Okay, nächster Versuch. Wir haben einen neuen Wagen. Oh... Oh mein Gott, Bro! Das ist... Ey, das ist unfair. Jetzt, wo die Bahn kaputt ist, kriegst du ein fliegendes Auto. Ja. Ein fliegendes Motorrad, komm. Ja, ja. Ich kann sogar fliegen, Bro. Ich kann boosten. Guck mir dann wenigstens zu. Ja, okay. Ich guck dir zu. Oh mein Gott, fast out of stage. Oh, oh, oh. Du darfst dich sagen, stehen bleiben auf einer Sache, ne? Alles gut, alles gut, alles gut. Oh, oh. Alter, der sieht richtig krass aus deinem Monster Truck, ne? Ein wunderwunderschönner Monster Truck das ist. Bro, der sieht richtig heftig aus. Hier ist die Riesenlücke. Was? Okay. Das ist natürlich echt schlau von dir gerade gewesen, ne? Denk dran, Bro. Wenn wir gewinnen, ne? Kriegst du das Hulk-Auto und das ganze Geld hier, ne? Da ist noch Geld. Ja, klar ist da Geld, Bro. Wir spielen hier... Keine Ahnung, wie viele Millionen GTA-Dollar. Krank, krank, krank. Oh. Nein, nein, nein. Stopp. Wenn es runterfällt, dann ist es uns, ne? Ich weiß, ich stelle es nochmal ganz ordentlich hin. Kein Problem. Ja, da steht es auf jeden Fall gut. Das passt schon. So. Das Geld gehört mir und du darfst mein Auto aussuchen. Komm. Okay, sehr gut. Ich würde einfach mal sagen, ich nehme jetzt hier meinen Monster Truck. Welchen soll ich nehmen oder möchtest du es noch nicht einlösen? Und du, Bro, nimmst jetzt einfach ein schönes, langsames Fahrzeug, Bro. Das ist kaputt. Das ist nicht kaputt. Steig ein. Ja, ich kann nicht einsteigen. Es tut mir leid. Steig ein. Ich kann nicht einsteigen. Geht nicht leider. Doch. Oh nein. Ja. Guck mal, die Tür geht sogar flying doors, Alter. So. Ja, Bro. Dann fahr du schonmal zur Zielstrecke, ne? In der Zeit, wo ich eingestiegen bin und nochmal kurz drei Toast geschmiert habe, kann ich nämlich ganz entspannt auch vorne bei der Rampe sein. Okay. Okay. Ich bin da. Ich bin da. Ich fahr los. Ich seh dich. Oh mein Gott. Er geht direkt unter. Oh mein Gott. Er geht direkt unter. Ich hab alle. Boah, wie viele Autos. Und dann machst du das jetzt. Ich weiß. Ich muss gut Schwung holen. Ich muss nämlich über diese eine Lücke gerade rüber, die du gerade gemacht hast. So. Lightning McQueen Auto mit Power. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Du fickst raus. Nein, 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 nein. Du fickst raus. Gib Gas. Oh. 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 Okay, alles entspannt. Alles entspannt. Ich schaff's. Oh mein Gott. Ich werd's schaffen. Ich werd's schaffen. Ich werd's schaffen. Ich komm über die Lücke rüber. Über die Lücke. Über die Lücke. Ja. Easy, Bro. Free round für dich. Du bekommst ein fliegendes Auto. Ja. Und einfach. Guck mal, du hast jetzt vier, fünf, sechs, sieben und ich hab einfach sechs, Bro. Ich hol dich gleich noch einen. Pass auf. Das ist gleich ein Matchpunkt, ne? Ja, ist es auch. So. Du hast jetzt die Runde gewonnen. Ich hol jetzt mein random, random Vigiliofahrzeuger. Okay. Und Porsche. Bro. Es ist ein Porsche. Ich werd drüber fliegen quasi. Du wirst echt drüber fliegen. Mal gucken, mit welchem Wagen ich drüber fliegen werd. Kannst du das noch mal so motiviert sagen? So, wir sind jetzt auf der anderen Seite, mein Freund, ja? Lass dich mal vorfahren, weil ich werd ja eh... Pass auf, Bro. Ich nutze jetzt einfach die Kraft eines Lkw-Fahrers. Komm. Ja. Oh. Oh. Nein, nein, nein. Weil ich es drauf habe. Nein, nein, nein. Du wirst nicht gewinnen. Ja. Ja. Mein Auto macht Backflips, Frontflips. Oh, wo bist du? Ich bin hier hinten. Ich bin hier hinten. Okay, warte. Ich bin ausgestiegen. Ja. Guck. Guck es dir an. Guck es dir an. Hey, mein Babyauto. Hey, warte mal. Zählt das jetzt? Zählt das jetzt? Zählt das jetzt? Im Grunde ist mein Auto jetzt drüben, ne? Bro. Warte, warte. Du hast jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich hab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ey, wir könnten... Danke, Bro. Ich würd sagen, letzte Runde entscheidet, oder was? Das nächste Auto entscheidet, oder was? Also, pass auf. Ich würd sagen, nicht letzte Runde, sondern wer jetzt mit dem Wagen als erstes rüberkommt, also, beziehungsweise, wenn wir jetzt gleich beide rüberkommen, dann müssen wir noch noch runter machen. Das ist jetzt so wie Tennis. Okay, ich bin zu Fuß hierher gekommen. Ja, du bist ein richtiger Sprinter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber bringt dir auch nichts bei, meinem krassen Random vehicle. Oh, das... Nein. Das ist gut, oder? Mein Random vehicle wird jetzt alles zerstören. Okay, mal gucken, was hast du für ein Random vehicle. Bitte entfliegendes, bitte entfliegendes, bitte entfliegendes. Ich bin sehr, sehr gespannt, Bro, was du jetzt bekommst. Und? Oh, was? Ey, was, Bro? Einfach einen VW. Ich glaub, ein GTI R oder so, wie der heißt der? Irgendwie so ein, ja, so ein GTI, glaub ich, ne? Ein Elektroauto! Wie Elektroauto? Du bist Frontantrieb? Okay. Du weißt, das ist ein Vorteil, wer als erstes im Wasser ist, ne? Ja, Bro, ich bin direkt hinter dir. Hau rein! Bro, unfair, 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 unfair. Nein! Nein! Hey! Ja, nein, was? Hey! Ich bin durch die Rampe durchgeglitscht, Bro! Was? Nein! Oh mein Gott! Hä? Hä? Ich geh Richtung meinem Geld. Ich... Warte mal! Bro, was? Wie unfair ist das denn? Weißt du, was du jetzt mit darfst? Was denn? Wir gehen jetzt nochmal zurück, holen das Hulk-Auto, was mir gehört und dann holen wir das Geld ab. Ey, okay, ab zum Hulk-Auto. Ich bleib jetzt hier vor sitzen, ist mir egal, du darfst mit dem Ding nicht losfahren. Ja, bleib da mal sitzen, okay? Ja. So, ich geh rein ins Auto und komm steigen. Okay, pass auf, ich würd sagen, dann fahr mal los, ich guck dir zu. Weißt du, Hulk, du sagst doch, wenn du möchtest, kannst du auch einsteigen. Okay, dann fahr ich mit, kriegen wir auch hin. So, Hulk, wie geht's dir da oben? Ja, mir geht's gut. Alter, der sieht richtig krass aus, Alter, der zerstört quasi. Das ist auch so ein Avengers-Mobil, ne? Also, ich bekomm das Geld nur, wenn ich rüben ankomme, oder? Oh mein Gott, ja, aber das ist ja total easy, Bro, der ist ja richtig schnell. Deswegen ging's auch darum, und direkt ins... Alter, okay, was dir trotzdem... Alter, was? Bro, was ist das ein Auto? Krank, krank, krank. Okay, ich park den hier. Alter, was, ey? Ah! Jetzt bin ich bald mit dem rüber. Hey, warum ist das so krass, Alter? Guck dir das jetzt an, okay? Guck dir das jetzt an. Okay. Let's go! Oh mein Gott. Ich glaub, ein besseres Auto kann man eigentlich gar nicht mehr haben, ne? Ja, dann auf jeden Fall, ich gönne die GTA-Dollar hier, ne? Guck mal, siehst du den, ja? Ja. Oh mein Gott. So, lalala, das ist mein Geld, lalala. Ey, unglaublich, ohne Spaß. Willkommen, was geht ab? Guck dir das an. Ich weiß, dahin haben wir einfach extrem hohe Treppen, Leute. Und wir müssen heute probieren, ganz nach oben zu kommen. Mit verschiedenen Fahrzeugen, Leute. Und alter Schwede, hier oben gibt's einfach so einen Geheimpreis, ne, den man bekommt. Und der Erste, der es heute schafft, bekommt auch einfach 100 Euro. Ich würd' sagen, wir beide spawnen jetzt hier auf jeden Fall mal das Random Vehicle. Und ich seh grad schon, du hast schon mal hier so einen richtig krassen Bugatti bekommen, ne? Naja, krass ist was anderes, aber ist in Ordnung. Und ich mach jetzt hier Random Vehicle und ich krieg hier, Alter, ich krieg hier so einen Käfer. Dann fahr ich mal los hier mit dem Wagen und, äh, oh Gott, Gregory der Vogel. Nein, Fredolin, wer ist Gregory? Das ist Gregory sein Bruder gewesen. Ach so. Okay, komm, kein Problem jetzt hier. Dann fahr ich jetzt hier mit dem. Oh. Okay. Ich glaub, wir haben hier ein kleines Problem. Du hast ein kleines Problem. Ich? Also, ich sag dir, wie es ist. Das ist ein bisschen schwierig jetzt hier mit dem Wagen hochzukommen. Ich glaube... Ich glaube, ich komm hoch, aber... Ah. Ja, okay, du kommst halt echt hoch. Oh Gott, okay. Das war's für dich, mein Freund. Verdammt. Da geht der erste Punkt also schon mal hier an dich, ne, mit dem ersten Fahrzeug. Ja. Kein Problem. Dann, Leute, geht's zum nächsten Ding. Und das war ja erstmal die Testrunde. Das heißt, jedes Mal, wenn, äh, jemand einen Punkt bekommt, kann man nämlich ein anderes Fahrzeug auswählen lassen. Und, äh, ja, das war ja nur die zum möglichen Testrunde. Deswegen rein ins Random Vehicle, Leute. Ins, äh, zufällige Fahrzeug. Alter. Yo. Okay, komm. Let's go. Oh nein. Oh. Ich hab ein Elektroauto. Ich hab Gregorim. Oh mein Gott. Alter, ich auch, hä? Komm schon. Ja, ich bin auch jetzt rüber gesprungen, indem ich so... Das gibt es nicht. Alter, hier sind toll viele Vögel. Was ist denn heute los? Und ich komm mit meinem Wagen, komm ich einfach richtig leicht die Treppen hoch. Ich seh's gerade. Ja, für mich war's das. Hä, die Treppen sind tiefer als mein Auto. Wie... Oh. 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 Warte. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ne, ich glaube ich hänge fest. Ne, ja. Und du kommst irgendwann mal runter, ne? Ja. Ja. Aber... Ich bin hier bei... Ich würd sagen... 8... Hey. Hey. Dein Auto mag ich nicht. Ich hab's runtergetreten, Alter. Bin ich stark. Na gut, warte, warte. Dann mach ich so jetzt einfach. Nein. Ja, ja. Okay, warte. Ich probier's nochmal ein zweites Mal. Vielleicht kann ich jetzt nochmal hoch. Sehr entspannt. Aber ich glaube... Die Straße... Für dich geht's mir nicht weiter, mein Freund. Ne. Okay. Also das Ding ist auf jeden Fall hier schonmal bei... Ich würd sagen... 8... 1,5. Ja? Ja, bei 8. Es gibt keine 1,5. Ja gut, dann halt bei 8. Okay. Aber dafür... Darf ich dir jetzt das erste Fahrzeug ersuchen von deiner Seite. Und... Wir haben hier so ein Audi, BMW, Brabus. Ich würd sagen... Nehmen wir mal hier hinten das krasse Drift-Auto hier, ne? Diesen... Was ist denn das überhaupt? Ein Supra, ne? Das ist ein Supra, ja. Okay, dann... Ne. Mit Ubishi Eclipse. Stimmt. Und ich hab hier einfach einen Rolls-Royce, aber in GTA-Version. Und ich glaub nicht, dass der besonders gut ist, Leute. Okay, Mülkan, gib Vollgas! Mein Auto ist echt gut, weil der klebt auf der Straße. Oh. Ey. Ey. Also gut, dass du das grad aufhalten, ne? Okay, das hält mich ein bisschen auf. Hä? Also... Weh, ich komm jetzt hier nicht mehr hoch. Ah, okay. Sogar easy. Ja, aber jetzt... Jetzt kommen wir da nicht mehr hoch. Also das war's... Ich komm hier nicht weiter. Ja, ich komm auch nicht weiter, aber vielleicht komm ich ja rückwärts weiter. Das ist nämlich der Blick, Leute. Aha! Hallo! Du bist die ganze im Weg, ey! Das kriegst du zurück! Ich sag's, wie es ist! Du kommst doch eh nie nach oben. Was ist denn weg jetzt? So, guck mal hier. Ja. Ey! Was denn? Du warst schon wieder im Weg. Was soll ich... Hm? Okay. Hä, ich war gar nicht. Diesmal war das gelogen. So, okay, jetzt komm ich. Okay, ich geb's auf. Also mit dem komm ich hier leider nicht mehr höher jetzt. Mal gucken, ob du weiter... Ich hab bis jetzt einen Rekord, ne? Ah, ne! Was für ein Rekord? Ne, ich werd mich weiterkommen. Hä? Hä? Äh... Bitte. Ja, okay, aber du hängst leider fest. Ey, was? Sag her. Okay, da kommst du nicht hoch. Ja. Ha, ha, ha. Ich werd'n Trick machen. Hast du'n Trick, hä? Was soll das für'n Trick sein? Komm, 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 komm. Ey, nutzt mein Auto. Nein. Hey, kriegt er durchs'n extra Punkt jetzt? Nein, nein. Na, also ich glaub nicht, das... Okay, ich hab... Kommst nicht weiter. Acht, äh... Acht, ein Drittel hab ich. Hallo, so funktioniert das hier nicht. Ja, aber deine Regeln. Okay, aber das war auf jeden Fall schon mal eins an den Fahrzeugen, die du, äh... Ja. Aber nicht schlecht eigentlich. Eigentlich ist man mit denen immer voll schlecht. Und jetzt krieg ich nen McLaren, Leute. Oh, nein. Och, Mann. Und dein Auto ist einfach noch nicht mal... Ich bin der Präsident, einmal zur Seite. Okay, passt auf, ich zeig jetzt hier, wie wir mit dem McLaren voll... Oh, nein. Hab schon wieder aus den Vogel mitgenommen. Ey. Ey. Immer bist du im Weg, Leon. Ey, ohne Witz, ich wär da locker rübergekommen, ne? Komm nicht hoch. Okay. Achtung. Und... Jetzt... Ja. Okay. Ich komm leider nicht mehr. Nein, nein. Als ob ich nen McLaren abziehe, das gibt's nicht. Nein, 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 nein. Mit deinem... Grämpa-Auto, ne? Mit deinem Opa-Auto da. Lass mal ein Grämpa-Auto. Ich komm. Kommst du aber nicht nochmal hoch? Nee, nee. Wollte grad sagen. Okay. Das heißt, der Punkt geht diesmal an dich. Und jetzt darfst du mir ein Fahrzeug aussuchen, VN5. Ja. Was soll es denn werden, hä? Welches Fahrzeug? Guck mal, wenn... Ja, wenn... Ich weiß, da gibt's eher so der Couch-Mensch, bis du nur Filme guckst oder Süßigkeiten mag. Oder du nimmst den langweiligen hier. Ey, na gut, okay. Was ist das für einer? Das ist ein Königseck. Der ist zu teuer für mich. Den kenn ich nicht. Der ist so schnell, ne? Ey, du hast ein Motorrad, wie unfair. Der K... Nein. Oh. Was? Hast du wieder ein Vogel angefangen? Ey, was? Ey, was? Ey, was? Nein. Das gibt's nicht. Ich hab das Motorrad von Franklin. Ich weiß. Ich hab auch so den Schwiedermotoren angefangen. Du sagst das? Motorrad angefangen, ja. So. Ein Vogel angefangen, meine ich. Mann, Leon. Du kommst ja nicht voran. Alter, ob es am Wagen so schnell. So, hier kommt man aus dem Weg. Oh. Oh. Alter, mein Auto. Oh. Das zerfällt gefühlt fast. Franklins Motorrad ist schlecht. Oh. Alter, mein Auto ist gefühlt kaputt vorne schon, weil ich die ganze Zeit in die Wand fahre. Oh. Gott. Oh. Alter, was? Das ist krass. Du hast mir das beste Auto der Welt ausgesucht einfach. Oh. Bleib mal locker. Ey, du, ich bin schon bei Farbe Gelb. Was? Bleib du mal locker. Locker. Äh. Äh. Kämpfen. Kämpft er sich hoch? Ja, Alter. Was? Leute. Das ist das krasseste Fahrzeug jemals. Ey, danke, Möckern. Ja, gar kein Stress. Ich komm auch gerade. Okay. Also, ich glaub, hier war's auf jeden Fall. Ich bin hier bis... Oh mein Gott. Ich bin noch ein weitergekommen. Was ist das für ein Fahrzeug? Okay. Ich glaub, jetzt war's es aber. Jetzt ist auch vorne richtig kaputt. Ich bin richtig schräg schon. Oh Gott. Okay. Ich bin noch mal mit meinem Reifen drauf. Aber, als ob ich diesmal jetzt kleben bleibe, Leute. Ich könnte es mir... Oh mein Gott. Ich bin noch weitergekommen. Also, Franklin hat offiziell das schlechteste Motorrad. Ist das so schlecht, oder was? Ja, ja, ja. Okay. Also, hier, glaub ich, komm ich nicht mehr weiter. Ich bin einfach bis 13 gekommen, ne? Mit dem... Ich lass doch ein Motorrad hier liegen. Oh, es fliegt! Ganz da hinten. Hä? Stimmt. Alter. Ja, Franklin hat auf jeden Fall ein paar Fähigkeiten, ne? Aber danke auf jeden Fall fürs Fahrzeug, weil ich bin damit einfach extrem weit gekommen, Bro. Richtig weit. Schön für dich. Okay, random. Nein! Hä, ist das... Hä? Ist ein langweiliges Fahrzeug, was du da hast. Hä, warte. Ist das... Was ist das für ein Motorrad? Es kann fahren. Aber... Es kann fliegen. Nein, nein, nein. Es kann nicht fliegen. Es kann fliegen. Nein, kann es nicht. Guck mal, es kann einfach fliegen. Guck dir mal mal ein cooles Motorrad. Ey! Nein! Ey! Ey! Leon, Hände hoch. Ey! Du tust mich niemals! Hände hoch. Ich hab dich nicht verstanden. Hier wird nicht geflogen! Ey, Bus! Hol dir neues Auto! Hol dir neues Auto! Bus! Ich wäre bis zum Ende gekommen mit dem Motorrad. Und jetzt kriege ich einen Anhänger. Na gut, Leute. Mal gucken, was kriege ich denn... Jetzt bin ich auch noch unten gespawnt hier. Was kriege ich denn jetzt für ein Fahrzeug? Bitte jetzt das... Ey! Jetzt habe ich so ein langweiliges, doofes Fahrzeug. Weißt du, wie viele Punkte ich damit bekommen hätte? Du hättest... Du hättest ja um das Geld genommen. Ja, ich weiß. Haha! Okay, jetzt hier kurz mit dem Grotti-Ding rüberfahren. So... Na, ist dein Fahrzeug schon wieder schlecht, ha? Ich bin runtergefahren. Wow! Ich komme mit meinem Grotti-Ding. Easy hoch. Kein Problem. Okay, ich glaube, das reicht mir auch schon. Weil du bist ja nicht weitergekommen. Das heißt, ich bin mit dem Grotti-Ding auf Platz 7. Und damit suche ich dir jetzt auch wieder ein Fahrzeug aus. Und ich würde sagen, du kriegst von mir diesmal... Ein cooles... Den Brabus hier. Kannst du den Brabus auswählen? Ihn hier? Ich schnapp mir ein Random-Vehicle. Das ist gar kein Brabus, aber ja. Autokenner Leon. Hä, aber ist doch rot vorne. Stimmt, das ist gar kein Brabus. Ey! Wo bist du? Ey! Ich bin hier! Komm! Zusammen! Aber einer ist verlangsamt, das ist das Problem. Oh! 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 Okay! Ich glaube, höher komme ich nicht. Ich glaube, höher als 5 werde ich glaube ich nicht schaffen. Jetzt sag mir nicht, weil ich dich ru... Komm schon! Bitte nicht! Bitte! 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 Bro, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Kommst du nicht höher oder was? Ha! 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 Tja! Ich bin hier der Autokenner mit meinem... Ich habe sogar hinten noch Benzin drin. Kommst du nicht hoch mit deinem Mercedes, ne? Ist doch doof gelaufen. Okay. So kann man es natürlich auch regeln. Ich frag Mercedes nicht. Mann! Rein geht's ins nächste Random-Vehicle. Mal gucken, ich kriege... Oh mein Gott! Wo bin ich? Oh! 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 Ey! Wieso fliegt das? Ist das ein Prank? Ey! Nein! Nein! Ey, das Ding hat keine Re... Ey, das darf nicht wahr sein. Ähm... Was passiert? Mein Flugzeug hat leider nicht genug Landebahn gehabt. Mit Franklin geht's gar nicht gut. Mit die Reifen abgebrochen sind. Ey, das darf nicht wahr sein. Franklin, was machst du denn? Der steht gar nicht mehr auf. Der weint glaube ich gerade, Leute. Ich glaube Franklin weint gerade. Okay. Das heißt, du hast jetzt das Fahrzeug und ich kriege... Alter, das ist ein cooler Audi. Äh... Ey! Mach's gut! Wir sehen uns! Boah! Alter! Alter, was? Ich bin der Grillmaster aus dem Weg hier. Das gibt es nicht. Mann, das kann nicht sein, dass ich mich jedes Mal... Bro, was ist das für eine Folge? Jedes Trollauto nimmt meine Richtung auseinander. Okay, jetzt häng ich aber leider fest. Mein Stuhl kommt dir nicht rüber. Oh nein! Du hängst fest einen weiter wie ich. Oh nein! Ich probier mal kurz rückwärts zu fahren. Na, okay. Ja, alles gut. Mein Stuhl lenkt leider fest. Mann, alle auch. Ich bin heute... Uh! Das war knapp. Ah! Okay. Also das heißt, der nächste Punkt geht schon wieder an mich. Und du hast nur noch jetzt zwei Fahrzeuge danach. Das heißt hier... Drei! Ach ja, stimmt. Du bist mit deinem gefahren, oder? Ja. Und dir das random. Hier, nimm das hier. Den BMW. Ah, stimmt. Ja, du hast ein random gehabt. Und jetzt... Äh... Okay. Was ist das? Das ist leider... Das darf ich mir leider nicht benutzen. Das ist ein bisschen zu groß. Aber... Vielleicht komm ich ja hier mit dem Schneemobil hoch. Oh. Oh. Mein Problem. Danke. Danke. Das gibt... Ja. Ey, das gibt das nicht. Nein, nein, nein. Danke. Richtig korrekt. Echt korrekt von dir. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt komm ich hier nicht mehr hoch, oder was? Äh... Ja. Huch. Ist natürlich doof gelaufen für dich, Möckern. Guck mal, guck dir das an. Ich kann... Ja. So. Das heißt, hier ist der nächste Punkt, Leute. Bei Nummer 5. Ich komm wieder... Ich komm wieder... Und du kommst wieder nicht hoch, ne? Das ist natürlich belastend. Dann... Geht's wohl rein. Ins nächste. Random Vehicle, Leute. Bitte. Und... 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 Ich kriege... Uh... Nein. Uh... Everyday we bouncing, man. Okay, komm. Es wird ja leicht hier, Leute. Aber warte mal. Es wird ja einfach. Wie... Ich bin... Ich bin Dominic Donatello. Ne... Was? Wie hast du ihn immer genannt? Dominic Toretto. Ja, ja. Weil, Daniel, sag ich doch. Ich hab mir kurz zu einem Ninja mit dem Mutantrattle gemacht. So. Ich seh schon. Guck mal hier. Hey. Hör doch auf, meinen Flow nicht kaputt zu machen hier. Ich bin... Der Tuner. Oh. Ja. Oh. Oh. Alter, ich komm perfekt hoch, Leute. Zack. Alter, komm. Ich feier... Ich feier hoch wie ein junger Gott. Na? Wie ein junger Gottmöckern. Zack. Das ist unfair. Was ist unfair, hä? Alles. Direkt... Alles, was passiert. So. Ich hab echt perfektes Timing. Das ist ein bisschen Skill. Sag's dir, wie es ist das. Siehst du hier ein bisschen Skill? Ich glaub, das war das letzte Ding. Oder komm ich hier noch hoch? Höh. Jaaaaah. Ah. 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 Ne. Ah. Okay, ne. Aber ich bin drauf. Das heißt, ich bin bis Level 14 gekommen. Aber ich bin auch weit gekommen. Ich bin bis 10. Okay, nicht schlecht. Also einfach nicht schlecht. Das heißt... Du, wir hatten gerade beide Random Vehicle, ne? Uiuiui. Schnapp dir hier mal den Audi. Schnapp dir hier den Audi-Mercan. Und jetzt rein ins Random Vehicle. Bro, nein. Das gibt's nicht. Das geht nicht. Guck mal. Bitte. Das geht nicht. Oh mein Gott. Ich hab das komplette Flugzeug weggehauen gerade. Okay, warte. Oh. Oh nein. Ich hab Fridolin mitgenommen. So. Fridolin. Bitte, bitte raus. Bitte raus. Nein. Oh mein Gott. Mann. Neon. Du betreibst heute, ne? Achtung. Wow. Okay, easy. Zack. Easy. Zack. Easy. Zack. Easy. Komm schon. Wiggle dich hoch. Ich wiggle mich hoch. Alter. Das ist so krass. Ich kann mich einfach hoch wigglen. Willkern. Ich kann mich hoch glitschen. Das ist krass. Wenn du das grad sehen würdest. Was ich hier grad mache. Das ist so unglaublich. Ich guck dich schon zu, weil ich nicht weitergekommen bin. Keine Sorge. Ey, das ist so ein Trick, was ich hier grad anwende. Oh nein. Okay, also ich glaube. Oder? Du bekommst einfach ein Superman-Auto. Oh mein Gott. Komm schon jetzt hier aber. Bitte. Ey, du musst. Dreh die Reifen nach rechts. Jetzt kannst du jetzt ja jede Wand hochfahren. Einfach guck. Zack. So, warte. Ich muss dich kurz hier hoch wigglen. So, mal gucken, ob ich den Rekord breche mit meinen anderen Autos. Aber es scheint. Äh, Leute. Es scheint sehr schwierig zu werden. Komm schon. Geh ich überhaupt noch hoch jetzt hier? Ne, ich glaube es war es. Ich komme nicht mal höher. Huh? Huh? Es ist nicht dein Ernst. Huh? Nein. Besser ist es. Nein. Ah. Komm schon noch den. Ah. Niemals. Ich sag. Ne, ne, ne. Ah. Was? Mann. Äh. Okay. Also hier ist dein neuer Rekord. Oder war das nicht rückwärts fahren? Gehst du vielleicht auch? Ah. Tut mir leid. Okay. 14. Ich bin mit dem Wagen bis 14 gekommen. Alter Schwede. Das war gerade echt unmöglich eigentlich. Das war echt gerade das unmögliche. Dann rein ins random vehicle. Du hast noch ein Fahrzeug. Ne? Wenn du jetzt das Fahrzeug... Was? Ja. Okay. Und jetzt? Das ist random vehicle. Ja. Okay. Hey. Ey. Immer mit der Vorsicht hier. Bro. Das gibt es nicht. Oh mein Gott. Oh. Oh. Und. Alter. Ich komm mit dem hier richtig hoch. Was ist das für ein Ding? Was hab ich hier Leute? Okay. Ich glaub hier ist das Ende. Oh nein. Du kommst mit dem noch gut hoch. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Du kannst aber hochfahren wenn du willst. Das sah richtig witzig aus. Vielen Dank. Aber ich komm mit meinem leider nicht mehr hoch jetzt gerade. Nein. Ah. Danke. Nein. Nein. Ich werd nicht hochgekommen. Oh verdammt. Okay. Also ich komm mit meinem leider nicht mehr weiter. Äh. Der. Schafft es hier leider nicht. Ich will jetzt gar nicht weiter probieren mit meinem. Du kommst ja nicht weiter höher. Ne. Okay. Endlich. Das heißt der Punkt geht an dich. Genug das Sofa-Auto. Jetzt wird es gnadenlos für dich. Das Sofa-Auto. Okay. Okay. Ich hab genug gespielt mit dir. Na zeig mir was kriegst du für ein lahmes Fahrzeug. Hey. Ja. Boah. Ey. Warum ist das so langsam? Hä? Was ist mit meinem Auto? Ah. Äh. Oh oh. Ich räche jetzt Fridolin, ne? Oh oh. Oh oh. 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 Oh mein Gott. Oh oh. Das gibt es nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh oh. Oh nein. Oh nein. Komm schon. Ich komme nicht mehr hoch jetzt. Ich helfe dir kurz. Für Fridolin. Hey. Ich parke mein Auto schon mal hier, ja? Das ist nicht so einfach wie es aussieht. Hey. Warte mal. Ey. Warte mal. Oh mein Gott. Das ist nicht dein Ernst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kann ich da zusteigen auf Sofa? Der Vogel aufs Weg. Oh Gott. Nein. Nein. Ich versuche mal mit meinem Auto. Ich dachte, ich kann doch weiter. Okay. Also. Leider. Wird das hier nichts mehr. Ey. Nein. Oh nein. Ich bin vor meinem Sofa gefallen. Okay. Auf jeden Fall. Die Runde geht an keiner von uns. Weil unentschieden. Und jetzt. Marikant. Jetzt kriege ich das absolut krass zu random vehicle. Dass du absolut verloren hast. Okay. Damit kann ich leider nicht fahren. Okay. Boah. Alter. Was hattest du denn? Bro. So ein Starfighter oder so. Oh nein. Ich habe jetzt hier so ein normales Fahrzeug. Okay. Was kriegst du? Oh nein. Sieht schnell aus. Okay. Dann Vollgas. Oh. Oh mein Gott. Wichtig. Ganz wichtig. Ey. Noch wichtiger. Noch wichtiger. Das ist ja frech. Das ist so frech. Und dass du das Ganze rausfährst. Das ist umso frecher. Mann ey. Okay. Ich komme nicht mehr hoch. Also die Runde geht auf jeden Fall auch an dich. Jaha. Verdammte Axt. Okay. Dann such mein Fahrzeug aus. Was soll ich jetzt nehmen? Du nimmst den schön richtig tiefen Lamborghini. Oh nein. Oh nein. Hey. Gibt es den einen echten Tesla Cabriolet? Du gehst wirklich tiefen Tesla Roadstuff. Ja. Irgendwann gibt es den. Tesla Roadstuff. Ich glaube den gibt es sogar schon. Der schnellste Wagen glaube ich. Oh mein Gott. Alter. Nein. Nein. Wichtig. Wichtig. Machs gut. Oh. Alter. Wenn du jetzt. Da hast du dein letztes Fahrzeug aufgeworfen. Wenn ich hier jetzt rüber komme. Ja. Alter. Was? Was war das denn? Hä? Wieso machst du das so schnell? Hä? Guck mal. Rückwärtsgang. Alter. Warum ist das so schnell? Guck mal wie mein Auto aussieht. Hä? Wieso machst du grad so schnell? Ich weiß es. Ich park mal mein äh äh äh. Es ist das nur noch ein Star wie er aussieht. Das Road fehlt. Ach du nur Star. Ja verdammt. Na toll. Die Runde geht schon wieder an dich. Ja. Ja. Nächstes random Fahrzeug. Und ich kriege. Okay. Bisschen schwer damit. Ein Kutter. Ein Kutter. Uff. Nein. Uff. Was hast du? Ah. Okay. Ein äh 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 äh. Ich mach gleich wieder Halt. Ich mach das aber tiefer. Ah. Ja. 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 Jawohl. Es ist so ein Fahrzeug was rumglitscht. Nein. Bleib mir bewusst. Los weg. Bleib mir bewusst? Nein. Ja. Nein. Komm, 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 komm. Äh Alter du hast für den Autofall kaputt gemacht. Das ist voll klein aus jetzt. Komm. Oh verdammte Axt. Ja, ja. Richtig. Nein. Das kann doch nicht sein. Du hast die ganze. Ja. Ja. Nein, nein, nein. Nix da, nix da, nix da. Ey. Was denn? Ey. Hä? Ey. Ist okay, ist okay, ist fair. Bro. Dein Auto ist so klein aus jetzt grad, ne? Deins? Ja. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Mirkan. Das war's. Ja, ja. Oh mein Gott, noch einer. Okay. Keine Chance. Ja, okay. Und noch einer. Ich park hier. Und noch einer. 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 Okay. Das heißt. Hier. Letztes Fahrzeug von dir. Ist auch das Beste. Wir. Noch einer. Und noch einer. Hä? Schnapp dir dein Fahrzeug. Ich. Schnapp. Nein. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Der Tesla Star. Oh. Hä? Wie war's denn grad so schnell? Ich weiß es nicht. Hast du irgendwas aktiviert oder so? Darf ich auch mal ein bisschen vorbei? Ey. Also du springst einfach über deine eigenen Fahrzeuge noch rüber. Alter Schwede. Das ist krass. Ja, okay. Also ich komm mit dem. Mit dem Tesla Star. Komm ich hier nicht mehr hoch. Wie bist du mit dem weitergekommen? Also dein Fahrzeug? Jep. Kann das Rekorde brechen? Nein, nein. Ne. Okay. Das war's auch schon. Okay. Okay. Dann. Random Vehicle. Jetzt entscheidet alles. Jetzt entscheidet alles. Du hast nämlich kein Fahrzeug mehr. Wenn du jetzt die Runde verlierst. Oh Gott. Dann hast du verloren. Und? Oh. Sag dir Mr. Bean gegen Porsche. Nee. Nee. Oh. Nicht gut. Nicht gut, Leute. Oh ja. Wichtig. 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 Hä? Du bist nur hergekommen jetzt. Was geht? Ja, was geht ab? Komm schon. Komm schon. Hihi. Ja. Mr. Bean Auto. Das ist nochmal Anschwung, Hund. Und noch einen. Du hast keine Chance. Ich bin zwei hochgekommen. Und noch einen bin ich hochgekommen. Du hast gar keine Chance. Styro Chance. Oh mein Gott. Okay. Ich werde nicht sagen oder so am Mökern. Aber es sieht sehr, sehr schlecht für dich aus. Nee. Ich komme nicht mehr. Tja. Damit soll es auf jeden Fall gewesen sein, Freunde. Mökern schnell, steh auf. Was denn los? Heute haben wir einfach lange Autos versus Reverse Bombs. Das bedeutet, dass wir hier einfach nicht heute Hügel haben. Sondern hier geht es jedes Mal ein bisschen steil nach unten, Freunde. Und es wird immer schwieriger. Und zwar sind wir hier schon bei Level 2. Hinten gibt es dann Level 3. Und es ist auf jeden Fall heute ein richtig krasser Parcours am Start, Freunde. Und wir müssen heute probieren, bis hier ins Ziel zu kommen. Und der Gewinner bekommt dann heute auch einfach 1.000 Euro. Zeig mal deinen Rallyen-Wilkel, Mökern. Was du bekommst. Ich kriege hoffentlich auch was krass ist. Jo. Boah. Guck mal hier. Ich habe so einen krassen Jeep, Alter. Ich habe echt direkt so eine lange Limo bekommen, so einen langen Wagen bekommen. Ich weiß. Sieht ganz schön lang aus, ne? So, jetzt, guck mal hier. Level 1, zack. Ja, Level 1 schon mal überschritten, Leute. Neuer Checkwand freigeschaltet. Also, das war doch, also. Kommt hier. Ja gut, war aber auch Level 1, ne? Also Level 1 war wirklich einfach. Oh. Du machst es sogar rückwärts. Oh, ich spring kurz auf die Yacht hier runter, ne? Ich geh kurz mal bis zum Notfall, Leute. Ja, okay. Und zack. Bei Level 2 gespawnt. Und, äh, ja gut. Also, das wird auf jeden Fall nicht, äh, bei dir genauso. Das wird auf jeden Fall nicht als Fahrzeug funktionieren. Ja. Aber, guck dir mal mein richtig cooles Jet. Hast du noch ein cooles Schneemobil? Das ist ein Jet-Schneeski oder so. Ey, ey. Hallo, ohne Flugzeuge. Ja, ich krieg hier den Flugzeug. Oh. Alter, okay. Da hat direkt das heftigste Gefühl. So. Ey, ist nicht so einfach. Oh mein Gott. Hä? Ey. Ich guck dir zu. Warte. Hallo, nicht lachen. Was denn? Ey. Alter, wie hast du das gemacht? Ich hab's gerade geschafft. Ey, jetzt häng ich hier fest. Ne, ich war hier schon oben drauf. Ich war schon so. Okay. Nächstes Ding hier. Mal gucken. Schaffst du's mit deinem Ding? Alter. Alter, was? Du hast ein Flickzeuggefühl direkt drüber. Äh. Oh, ich hab's auch geschafft. Mit Frontflip. Ins nächste bin ich hier. Ähm. Ähm. Das hat leider nicht geklappt, Freunde. Äh. Wo bist du? Ne, das... Ich komm out. Nein. Das ist sehr schwierig. Oh Gott, du schaffst es nicht. Ich muss raus. Na toll. Dann neues Fahrzeug, Freunde. Hier, mit Lightning McQueen. Habe ich einen sehr, sehr... Alter, ich glaub's ja nicht. Was ist das? Guck mal links Ding. Oh mein Gott. Di, 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 di. Er kriegt nen Drachen, Leute. Guckt euch mal den Drachen an. Alter. Wo bist du? Warte, warte, ich komm, ich komm, ich komm. So. Da haben wir ja schon mal den nächsten Checkpoint automatisch freigeschaltet. Mal gucken, ob ich hier... Lightning McQueen. Oh. Oh. Schneller. Sein Schatten. So, warte. Oh, warte. Ich helfe dir. Alter, du bist einfach runter... Ich bin nämlich durchgeflogen. Oh nein. Oh mein Gott. Das war... Also, was du mit Lightning McQueen machst, ne? Das... Der hat mich kurz einfach übernommen. Okay. Level 3. Und... Uuuuuh. Tschüss, Drache. Na, was kriegst du jetzt im Fahrzeug? Alter, du hast Texas Reifen. Ja, Mann. Äh, Fahr... Ha. Und du hast nen... Du hast Plastikreifen. Einmal bitte rechts ranfahren. Down in Texas. Oh Gott. Ey nein, mein Auto ist zu groß. Ein Plastikreifen. Ich hab ein Bobbycar, mein Freund. Hey. Also echt. Gut, das war's mit meinem Bobby. Also, mit meinem Auto hätte man das irgendwann nicht machen können. Mit meinem auch nicht. Dann ins nächste... Uh, das ist doch schon mal ein bisschen... Hä? Alter. Hä? Hen. Oder ist der? Und das selbe? Oh. Okay, wichtig. Ohhhhhhhhhh. Backflip! Nein! Was du haben? Hast du alles? So gut wie? Glaube ich. Oh! Okay. Okay. Also, sehr schwierig grad. Ich muss sagen. Sehr, sehr schwierig. Ich komme jedenfalls nicht rüber, leider. Das klappt leider nicht. ich bin mit motor ins wasser alter du kriegst einmal motorrad das erfolgt das nicht cool ich habe das wirklich anschlug warte das zählt nicht das zählt nicht so das ist das denn hier mit dem will ich aber eben rüber gekommen ich bin rübergehüpft oder so war das okay dann mit welchem mit meinem auto ich krieg das stehen wir schon wieder so jetzt hier oh mein gott was hab ich denn oh mein gott du weißt wer jetzt auch ich habe ich habe cyberpunk ja ja nein das zählt doch nicht was hast du für eins nein kannst hüpfen ich muss hier dort alter halte du hüpfst einfach rüber na ja ist das frech wir dann zeigen was du drauf hast aber das war verbar ja okay das noch mal das war echt verbar ich hab's gesehen ja ich krieg ja echt nur schlechte autos kann man nicht mal so viel anschwung komm zeig mal so und ja guck was ist das hier hier musst du auch überspringen schaffst du das na klar easy okay das wird jetzt sehen jetzt musst du wenn jetzt rüber springst aber neuen checkband freigeschaltet na bitte 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 für den checkpoint für den checkpoint oh mein gott war das knapp das aber auch der nächste checkpoint so level nummer vier random vehicle haha was ist das denn aber es kann nicht fliegen na es kann das weiß es nicht ne es fährt nur es kann nicht fliegen leute wir brauchen schnelle autos ja und ich hab's grad gesehen wow ich bin rüber gebohlt ich hab's gesehen okay kein problem ich fahr weiter hier zieh mit dem ball alles gut hier leute kein problem oh mein gott und so ey was der bremst mich ab der bremst mich in der luft ab und ich bin rausgeworfen worden aus der kugel bremst mich einfach ab leute ist ja richtig frech okay das ist nicht so schwer ne der erste ist echt nicht so schwer komm random vehicle was richtig krasses freunde monster truck aber ich glaube der ist nicht gut für da für überall anders wäre gut gewesen für da oh mein gott doch ist gut oh nein das hast du bekommen ich falle gerade runter guck ist dir an jetzt leon hatte ich steig aus wo bist du was ist denn das stoker mobil hatte ja ist das joker mobil ja es ist noch nicht vorbei okay ich glaube es ist vorbei mit dem ding sag sowas nicht zum joker mobil was also nein es hat zu viel power es hat zu viel power wenn du da probierst hoch zu gehen spawne ich mir mein neues random vehicle und das ich hab schon wieder so ein auto mit hohen rädern na was ist denn heute los heute ist der tag der hohen räder ich glaube auch guck mal jetzt jetzt bin ich hier schnell am start leute jetzt was der bremst sich in der luft beim zweitens voll unfair mögern es sich vorstellen ist also bremst ding ja jetzt habe ich aber jetzt habe ich jetzt habe ich den stelle ist einfach mal gas ich bin trotzdem drüben ich hab's was ich hab einfach gas aber kass geben kummer hatte hatte hat als ob du auch so ein auto hast war meint es besser tschüss und meintes an gekommen so ein neues fahrzeug random vehicle und gta macht es gut wie gut alter was hast du das hat ja nicht so besonders gut geklappt okay oh mein gott hat geholfen nein ich bin fast rübergekommen niemals aber nur ganz fast anschwung das auto die beiden kann auf jeden fall vergessen jetzt hier das kann weg und das kann weg so neues fahrzeug also auf jeden fall fett anschwung da ich sehe schon nein oh mein gott okay ich hab hier ein gutes glaube ich nein wie schwer was für ein gutes lowrider ja der kann ja springen aber das schwierig da vorne jetzt na ja hallo wo bin ich so du warst kurz in meinem helikopter flugzeug ich bin um das ist geschafft nicht frag nicht frag nicht Wie hast du denn das jetzt bitteschön gemacht, hä? Mein Auto, wenn ich über ein Hindernis rüberfahre, fährt das nach vorne weiter irgendwie. Okay, äh. Ich hab hinten, ich hab hinten nie. Ja, aber wenn das nach vorne fährt, vielleicht kann man eins auch nach hinten fahren oder so. Oh mein Gott, Tatsache, ich bin auch drauf rum. Bitte, 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 es ist das Ziel hier. Oh mein Gott. Nein, nein. Ich bin vorbeigeflogen. Du musst unbedingt zu mir einmal. Du hast es geschafft, ich sehe es gerade. Da, 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 da. Oh, unglaublich. Nein, er schnappt in die 1000 Euro, Leute. Aua. Mirka, was machst du da? Hör auf zu tanzen. Uh, uh, hä? Ich dachte, ich bin im Sumberunterricht. Nein, heute ist kein Sumberunterricht, denn heute müssen wir auf die Dangerous Road. Und zwar ist es einfach eine richtig gefährliche Strecke, Leute, die losgeht mit Level 1. Da ist es noch ganz einfach Level 2 und später sogar noch bis zu Level 10 einfach. Und wir müssen euch probieren, bis ganz zum Ende zu kommen, Leute. Und wenn wir das heute schaffen, bei dieser absoluten gefährlichen Strecke hier bis durch zum Ziel zu kommen, dann bekommt der Gewinner einfach 100 Euro. Zeig mal, was du drauf hast, Morka, mit deinem random... Guck dir meinen Mo-Roller an. Pam, Scooby-Doo-Bidoo. Ey, das ist echt ein Scooby-Doo-Truck. Natürlich, Mystery Machine. Okay, also, Level 1 haben wir schon mal geschafft. Ne, 10 Punkte, das sind keine Level, das sind Punkte, guck mal. Oh, stimmt. Punkte, äh. Oh, Alter, mich hat es mal weggepfeffert. Da habe ich wohl gerade von Scooby-Doo ausgeworfen. Tschüss. Wie du schummelst. Du schaffst es oder was? Jo, ich habe es geschafft. Das ist halt Motorrad, ne? Ja. Hä? Da ist... Oh. Jo. Ähm. Du warst so kurz davor, es zu schaffen. Tja, dann geht es mal rein ins... Ey, das gibt es nicht. Hä? Hä, was ist denn das? Hä? Das ist eine Straßenbahn. Ich war kurz zur Straßenbahn, mal gucken. Ah. Ha, 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 ha. Hä? Okay, also ich jetzt auf jeden Fall hier, das ist für mich ja gar kein Problem jetzt hier, ne? Oh. So. Äh. Alter, ich bin gerade fast runtergefallen, ne? Ich habe es gesehen. Das war das. Ich dachte, du wärst runtergefallen. Mega knapp. Ey, du musstest du uns holen, ich komm nicht drüber. So, hier, Alter, ich muss an allen Sachen vorbei. Guck mal, hier, ganz entspannt. Alter, das ist ja nicht so einfach. Aber die Punkte sind trotzdem Checkpoints, ne? Uff. Ja, ja, es sind trotzdem Checkpoints, also wir müssen nicht jedes Mal von vorne anfangen. Aber es ist auf jeden Fall nicht so einfach, wie es aussieht, ne? Also irgendwie ist es hier schon ein bisschen immer am Rumbaggen und so, ne? So. Hä, wieso fährst du dich einfach außenrum, wenn es die Möglichkeit zu schummeln gibt? Hä? Oh, so, ich habe es geschafft hier. So, komm hierher. Level 2. Ich komme. Und zack. Mal gucken, was ich jetzt als nächstes Fahrzeug bekomme. Hoffentlich irgendwas richtig krasses. Alter, ich bin Toastbrotman. Du bist echt so ein Toastbrotauto. Was ist denn das, Alter? Oh, was? Oh, so Kakteen. Aus dem Weg. Nein. Nein. Och, Mann. Hä, wie soll man denn... Hä, wie soll man denn hier rüberkommen? Oh, Gott. Hey, das gibt es nicht. Ähm, das könnte, glaube ich, schwierig werden. Hä? Ich habe keine Ahnung, warum es das nicht klappt. Es klappt einfach nicht. Okay, komm schon. Okay. Ich bin's. Also mein Auto ist aufgespießt, leider. Gerade. Reifen sind geplatzt. Ich muss leider kommen zurück. Ich bin Heisenberg. Mit dem Wohnmobil. Oh mein Gott. Mit dem Wohnmobil. Hä? Hast du alles kaputt gemacht, oder was? Ich bin einfach... Ich habe aber alle Kakteen kaputt gemacht. Oh nein. Alter, du machst kaputt. Nein, das ist nicht gut. Du machst kaputt? Ja, ja, das ist nicht gut. Ich mache sie kaputt. Es gibt keinen anderen Weg rüber. Äh. Und mein Auto steckt fest. Ich brauche Hilfe, bitte. Das ist natürlich ein Problem von dir. Alter, guck mal. Ich habe jetzt ein richtiges Snoop Dog Auto. Richtiges Tupac Auto. So, Leute, hier. Ich bin ein richtiger Hip-Hop-Rapper. Ey, aus dem Weg hier. Kappengrüße. Oh. Ähm. Wow. Ähm. Schaffst du es? Ähm. Du hast doch mehr kaputt gemacht. Das ist unsere Bahn, wo wir rüberfahren, Leon. Äh. Oh. 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 Ich hänge mir leider irgendwie mit meinem Auto fest und dein Auto brennt. Ich helfe dir. Ich glaube, wir wollen hier... Äh? Alter. Ey, wie soll man denn da jetzt rüberkommen? Soll das funktionieren? Äh. Keine Sorge. Ich habe James Bond Auto. Ja, ich habe eventuell ein kleines Problem gemacht. Wieso? Ich wollte dein Auto kaputt machen, aber irgendwie habe ich was anderes getroffen. Guck mal. Was denn? Ähm. Ich kann das erklären. Das ist alles kaputt, oder? Ähm. Ja. Irgendwie sind alle Sachen kaputt. Gut. Ich habe ein fliegendes Auto. Ja, ja. Ich habe mal übersprungen jetzt hier gerade, Leute. Wie? Ey, jetzt habe ich gerade ein fliegendes. Okay, ich nutze es jetzt dafür. So, wir überspringen nicht. Aber warum überspringst du, du Schummler? Ich überspringe. Ja, aber ich habe auch geschummelt. Ich habe alles kaputt gemacht. Ein fliegendes bekommen hier. So. Und jetzt? Mit dem fliegenden, Leute. Fliegen wir jetzt hier ganz entspannt rüber. Und da, wo bist du? Oh, ich habe einen Fake Bugatti. Guck mal. Oh, Gott. Aua. Du bist ein Fake Bugatti? Ja. Wo bist du denn überhaupt? Alter, du bist ja am fahren, oder was? Ich bin schon hier. Nee. Bro. Was? Hä? Was machst du? Warum machst du das? Hä? Warum schummelst du gerade so? Ich fahre jetzt kurz mit meinem fliegendes Auto nach hier oben. Level 2 haben wir geschafft. Das werden wir auch. Ich erlaube es dir. So. Nein, nein, nein. Level 2. Ich habe jetzt ein neues Fahrzeug. Das war gerade noch das von eben. Und jetzt? Alter. Easy. Leute, easy. Mit dem Ding komme ich hier überall rüber. Na, wo bist du mal kann? Ich bin hinter dir. Irgendwo zu sehen, ha? Seh dich nämlich gar nicht. Hä? Hä? Wie soll man denn hier rüberkommen? Alter, was hast du denn? So? Der Kranman kommt. Ich kann das auch irgendwie. Ja, es sieht ja super aus, wie der Kranman angekommen ist. Bro. Alter, warum war das so leicht, die hier unten zu schubsen? Ich habe keine Ahnung. Warum? Warum hast du das? Okay. Also leider, mein Auto schafft es leider nicht. Ich brauche ein neues. Deswegen bin ich zurückgekommen. Das könnte vielleicht mehr bringen. Mach's gut. Du sagst das gar nicht. Hier spricht das LSPD. Einmal bitte rechts ranfahren. Niemals. Niemals. Sie kriegen mich niemals. Dann sind wir dazu bewilligt, sie überfahren. Ja, hat ja aber nicht so gut funktioniert, ha? Okay, wie funktioniert das jetzt hier? Äh. Ah. Okay. Äh. Aus dem Weg. Aus dem... Oh. Ach. Äh. Achtung. Ey. Achtung. Das schaffst du nicht. Wow. Alter, hörst du auf. Ich bin absoluter Profi. Sagst du doch, wie es ist. So. Ich würde aufpassen, wenn ich tue her. Oh, oh. Oh, oh. Alter. Alter. Alter, jetzt ist hier... Dieser Deckel ist hier voll im Weg. Oh mein Gott, ja. Ja. Ich muss hier nur... Ich muss hier drüber kommen. Ich muss hier nur ganz leicht... Komm schon. Nein. Nein. Bitte. 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 Komm schon. Guck dir bitte mein Porsche an. Ich hab den noch nie gesehen bei uns. Okay, warte. Jetzt schaffe ich es, Leute. Jetzt schaffe ich es. Niemals. Mal kurz. Ja. Okay. Damit. Ey, warte mal. Hier ist noch ein Burger-Dings vor mir. Darf ich? Du siehst ja mein Auto nicht. Darf ich mein Auto für das nächste behalten, wenn du es geschafft hast? Ähm... Weiß ich noch nicht. So, auf jeden Fall bin ich jetzt hier bei Level 4, Möckern. So. Okay. Ey, ich sag dir. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Level schaffe mit so einem kleinen Baby-Mobil. Guck dir mein Auto an. Hey, wow. Wo bist du? Was ist denn das für ein Ding? Bro, ich hab einfach so ein Ratten-Auto. Alter, was ist denn das für ein Teil, Leute? Sag, kein Zaun. Und ich darf es behalten. Ja, zeig, was du es drauf hast. Tschüss. Ähm... Perfekt. Ähm... Ich bin in meinem Fahrzeug jetzt gerade hier unten eingesperrt und ich komm auch nicht mehr hoch. Ey, verdammt. Wo bist du eingesperrt? Bro, was ist das hier? Was ist das hier? Hä? 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 Hier ist einfach Standard-Skill. Warum bin ich da und warum ist Max und Philipp da? Warum bist du da, Möckern? Was ist da? Du liegst mich hier. Hä? Unglaublich. Bro. Oho. Okay. Rein in diesen random vehicle und wir machen jetzt auf jeden Fall alle hier stolz, ne? Also... Oh Gott. Das kann Gas werden. Was? Was? Das bist... Äh... Nein! Stark, stark, stark. Das war sehr stark. Kann ich fliegen oder so? Ich wollte auf jeden Fall nicht, äh, dich runterwerfen, ne? Das war auf jeden Fall nicht meine Idee. Nein, natürlich nicht. Deswegen werde ich dich jetzt auch nicht runterwerfen. Hier, jetzt komm schon. Richtig Gas geben. Aus dem Weg. Hä? Aber wie soll man jetzt rüberkommen? Ich muss das einfach aus der Hand nehmen. Häh? Ich mach alles kaputt. Ach, verdammt. Das kann doch nicht sein. Oh mein Gott. Ich hab eventuell das Fahrzeug, womit ich rüberkomme. Ehrlich? Warte. Ja. Wirst du kommen? Wo bist du denn? Häh? Ja, Alter. Hat super geklappt mit dem Fahrzeug, mit dem du eventuell rüberkommst. Ey, jetzt hab ich jetzt ein Boot bekommen, Leute. Ey, nee, James Bond Auto hat die schon. Was kriege ich jetzt nicht für Autos, Leute? Die hatte ich ja alle schon. So, jetzt aber hier. Komm schon. Ich probier etwas. Ich probier etwas. Und was ist das? Kannst du hochfahren, oder was? Fast. Ich komm bis zur Hälfte. Bis zur Hälfte? Wow! Guck mal hier. Gar kein Problem, Kollege. Was hast du für ein Auto? Nein! So knapp. So knapp. Ey, ich hab's fast geschafft. Was hattest du? Aus einem normalen Auto einfach. Okay, also das ist echt schwierig. Sacre bleu. Sacre bleu mit dem Baguette-Mobil. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Sacre bleu. Hä? Und? Und? Oh, du kannst ja den Mülltonner hauen. Hör mal auf, das Auto hier zu schwängern. Was soll das? Das war ich. Das war das Auto. Jetzt kommt gleich noch ein Baby-Mobil vorbei. So, jetzt hier. Ah, perfekt. Wo bist du? Aus dem Weg. Nein, nein, nein. Ich fahr meins direkt runter. Na, tschüss. Au, ah! Ey! 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 Ey, das gibt es nicht. Ey, das ist so unglaublich, ey. Du hast mich runtergeschubst beim Ding. Das ist ja richtig cool. Ey! Runter mal am Auto! Yeah! Ey! Ey, das ist toll. Jetzt bin ich runtergefahren. Ja, ich auch. Okay, ich brauche ein neues Fahrzeug. Das hat ja eigentlich geklappt. Wir brauchen hier, glaube ich, ein Fahrzeug, was so... Alter, genau sowas. Was extrem... Wie, welches? Boah! Boah! Alter, Batman Witzes Joker! Ja, ja, ja. Batman... Alter, du hast ein Joker-Mobil? Oh mein Gott. Was ein Zufall. Warte. Oh, warte. Warte. Geh mal weg jetzt! So. Er traurig, du willst dich nicht mit mir anlegen. Oh, da willst du mich... Oder willst du dich... Ey! Nein, das zählt nicht. Komm nach oben. Batman, bist du Joker. 2, 2, 1, go! Du hast keine Chance! Go! Was? Wow! Ich kriege alles drüber! Was? Ich schwöre es, ich bin direkt am Checkpoint. Ich bin am Checkpoint. Ich habe es gesehen. Ich bin am Checkpoint. Ja! Okay, damit... Damit haben wir den nächsten Checkpoint freigeschaltet. Und wir sind jetzt schon hier einfach bei der Hälfte, ne? So. Ehrlich schon? Aus dem Weg jetzt hier, ne? Ich zeige dir das mal... Alter! Lol! Ich bin jetzt gedacht, dass ich hier noch rüberkomme. Ich kriege jetzt einen Monster Truck. Oh, schade. Jo! Ich habe das beste Auto der Welt, Alter! Das kann einfach über alles rüberfahren. Hä? Ja! Das fährt einfach über alles rüber! Und es hat... Und meins ist aber richtig schlecht. Und meins hängt leider fest. Ähm... Ich brauche leider ein neues, was halt ein bisschen besser noch jetzt. Oh, okay. Jetzt habe ich einen Kratzer. Das ist aber ein bisschen zu flach. Ich glaube, es ist ein bisschen... Flach unterwegs. Wo bist du? Oh! Oh! Oh, no. Nein! Nein, ey. Das darf ja nicht wahr sein, Leute. Okay. Was kriegst du jetzt hier? Was hast du für eins? Äh? Ich habe ein unsichtbares Motorrad. Also ich habe in dem Fall echt jetzt hier gerade das perfekte Motorrad jetzt hier gerade bekommen. So, jetzt hier aus dem Weg. Ich auch. Ich habe auch ein Motorrad. Ich hatte ein BMW-Motorrad. Nein! Das zählt nicht. Das zählt nicht, Leute, dass ich hier runtergeflogen bin. So. Oh, 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 oh. Das Ding ist, es bringt dir nichts. Das zählt nicht, zählt nicht. Ich schaff's eh jetzt. Wie sollst du es denn schaffen? Ich schaff's doch hier. Guck. Wo denn? Hier. Durch an deinem Auto, welches da an den Stein hängt. Lol, das ist einfach ein Motorrad. So. Zack. Hier gehen wir auch easy drüber. Ah, und er hat's geschafft. Guck dir an. Er hat's geschafft. Ganz kurz eine Frage an dich. Möchtest du auch einmal schaffen? Was hast du denn? Hä? Ich habe ein unsichtbares BMW-Motorrad. Aber willst du auch einmal schaffen, oder soll ich alles heute schaffen? Ja, ich schaff das schon, keine Sorge. Oh mein Gott. Ein Jaguar. Hä? Hä? Was ist das denn? Bro, dein unsichtbares... Guck mal. Warum hast du ein unsichtbares Motorrad da vorne geparkt? Alter, guck dir mal mein Fahrzeug an. Wo bist du? Das habe ich noch nie gesehen. Öh, was ist... Was bist... Was ist das? Das ist Sonic. Sonic & Knuckles. Ja. Ey. Vorsicht. Aus dem Weg, ihr. Ich bin mit Sonic & Knuckles unterwegs. Ich bin mit Sonic & Knuckles unterwegs. Danke dir. Alter. Höh, Leon! Möckern! 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 Oh! Oh! Ich hab's gesehen! Ah! Ich lieg aber noch! Alter! Ich hab's gesehen! Was war das für eins? Okay. Also 70 Punkte auf jeden Fall für mich jetzt hier. Ey, das ist das coolste Auto mit dem großen Reifen. Alter, das war richtig cool. Also ich habe auf jeden Fall noch nie so ein cooles Auto gesehen, was wir hatten. Oh, okay. Alter, was hast du für eins jetzt? Uh, okay. Meins ist aber... Dein scheint aber nicht so schnell zu sein, ne? Meins? Das ist dein... Ja, okay. Halt dein Maul. Ah! Halt dein Maul. Wieso? Ich hab's geschafft. Was? Bro, nein, 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 nein. Nein, ich seh dich nicht im Ziel. Ich flieg noch mal. Ich will noch mal neu fahren. Schnell! Ich brauch jetzt hier ein gutes Fahrzeug, Leute. Guck mal. Ich hab's wirklich schon geschafft. Steig mal bei mir ein. Ich hab ein normales GTA-Auto. Nein, glaub ich nicht. Aber was ist das? Oh. Und ich bin im Ziel. Ich war als erstes im Ziel. Ich war als erstes im Ziel. Wo denn? Ich seh dich hier nicht. Du musst einmal in mein Auto einsteigen. Real Talk, ich war im Ziel. Ich würd dich niemals anlügen lernen. Wo wirst du denn? Du musst einmal in mein Auto einsteigen. Ich will dir dieses Auto einmal zeigen. Wo denn? Es ist ein normales GTA-Auto. Okay, warte mal. Ich komm. Okay, okay, okay. Aber ich war wirklich auch als erstes durch. Okay. Normales GTA-Auto. Ich hab das Auto noch nie gesehen. Es ist ein ganz normales GTA-Auto. Jetzt guck's dir an. Was ist das? Hä? Bro, was ist das? Das ist das perfekteste Auto auf der Welt. Bestes. Wo ist dein Auto? Meins ist hier. Ähm. So. Ich hab gewonnen. 100 Euro heute für mich. Na gut. Ich glaub dir mal, Möker. Ja. Was geht ab, Brox? Kasper. Du musst also mit deinem BMX bis ganz nach hinten. Und kriegst dann einfach 100 Euro. Ja, das hab ich auch heute gehört. Ich bin hier direkt schon gegen die Watt gefahren. Dafür sorge ich doch direkt mal, dass du es nicht schaffst. Kommst du rüber, oder was? Alles gut. Ich brauche hier ein bisschen. Das ist lange her, dass ich BMX gefahren bin. Okay, das Ding ist, ich hab halt auch noch Waffen. Das heißt, ich kann schon Granaten auf dich werfen. Das schaffst du gar nicht, weil ich durchziehe. Oh mein Gott. Oh Gott. Warte. Okay, was ist hier? Warte, warte. Ich muss... Nein. Ja. Okay. Oh Gott, das war knapp. Das war knapp. So, warte. Oh, ich ziehe voll durch. Oh nein. Oh Gott, nein. Nein. Ich bin runtergefallen. Ja. Jawohl. Nicht schlecht, ey. Das Ding ist aber, die 100 Euro gehen an denen, der es zu R schafft, Kaspar. Okay. Und du hast hier ein BMX-Profi am Start. Ich weiß. Und das ist nämlich auch das Problem. Deswegen lass ich dir auch gar keine Chance, ne? Oh nein. Ha, 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 ha! Auch rein! Ich hab ihn schlangs gerade drüber! Ui. Par B-Mixer, als wir machen. Hä, mal geiles Auto. Was ist das für ein Auto? Ich kenn' das gar nicht. Ääh, das ist so'n cooler Sportwagen. Oh, ah, wo bist du überhaupt? So. Ich komm' hier vorne schon. Ich komm jetzt. Wachser. Hä, du ziehst ja schon voll durch. Ja, nochmal. Kurz ins Labyrinth durch hier, da warst du eben auch. Hey. Ah doch. Hey. Ja, was ist los? Hey. Ich hol dir meine Speziale. Oh. Oh. Hey. Was ist die gar nicht? Oh. Was ist die? Hä? Oh. Hey. Jetzt hör auf. Oh mein Gott. Hör auf, die so durch sind. Hey, hör auf mit deinem Raygun hier. Ich mach gar nicht. Ich glaub's ja nicht. Ja, da bist du gefangen im Tisch gerade. Okay. So, weiter. Jetzt hier schaffst du es nicht. Hau rein. Hau rein. Ja. 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 Ja, wichtig. Ich lebe noch. Wo ist mein Baby? Hier. Nein. Oh nein. Ja. Nein, falsch. Oh, Manu. Wichtig. Manu. Du schaffst das heute nicht so schnell, sag mal. Okay, Kasper. Für diese Runde darf ich jetzt nur Granaten benutzen, ne? Das heißt... Du sagst ein bisschen so, es ist challenging. Okay. Ich muss jetzt gucken, da ist sich ein bisschen schmord angefallen. Nein, ich sag gerade. Nee, nee. Ich brauch, ich brauch noch mal zurück hier. Ja. So, ich brauch nämlich mal ein bisschen Speed. Dann fang. Fang die Granate. Wie was zu fangen? Fang. Die schmeißt du schon, oder was? Fang. Verrückt hier, Granaten hinzuschmeißen? Okay. Oh. Nein. Hey. Oh Gott. Pass auf, warte. Verdammt, ey. Die Granaten werden die Füße weit. Jetzt aber. Oh, die Granate kommt. Nein. Nein. Oh Gott, ich bin nicht schnell genug. Ich komme dann, glaube ich, gar nicht hoch, ne? Okay, pass auf. Warte mal. Ich werfe jetzt schön eine Granate in den Pott rein. Du haust ab. Ey. Hau ab. So, jetzt liegt es hinter dir. Nein. Nein. Dann send ich mich direkt da drin. Dann kommst du nicht mal mit ersten Checkpoint. Na, ne. Oh, Broxo. Wie wär's denn mit ein paar Gasgranaten? Ja, okay. Wär das was Schönes? Dann probier ich mich noch mit Gasgranaten zu holen. Oder? Ich hole meine Menge aus. Du hast schon genommen. Okay. Komm, am besten nicht. Ich schieße voll durch. Weil das der Trick ist, ja? Die ich nicht mit den Gasgranaten zu holen, sondern mit dem Auto. Ja? Ja. Der kommt auch. Oh, was? Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Hä? Radel, 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 Radel. Wo bist du? Radel, Radel. Du bist nicht, du bist untergefallen. Radel, Radel, Radel. Radel, Radel. Radel, Radel. Radel, Radel. Oh Gott, schnell weg. Schnell weg. Jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. Oh mein Gott. Hey, du bist so gut mit dem Exo. Oh, oh. Oh Gott. Oh Gott, ich bin auf dich gelaufen. Oh. Nein. Nein. Du komm, jetzt hast du es mit. Jetzt ist die Zeit. So. Jetzt hab ich jetzt mal wieder schön ordnen. Und kann jetzt hier. Oh, ich kann jetzt nichts abgehen. Hast du schon wieder rauf geschafft? Backflip. Ja, natürlich bin ich schon wieder drauf. Auf die Gasgranaten. So, hier ein bisschen durchs Labyrinth stolzieren. Zack, zack, zack. Hier ein bisschen Tricks machen. Wooppa. Nein. Das kann nicht sein. Das ist so genau. Ich bin gerade runter. Deine Mondaufer, Alter. Oh mein Gott. Okay, pass auf. Ich positioniere mich jetzt hier. Und jetzt hole ich meine Gasgranaten raus. Oh nein, 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 nein. Ich muss auch den Bus raus. Ich schmeiß ja die. Hier. Aha. Was ist? Aha. Ja, versuch doch mal da lang zu fahren. Ja, was ist? Was denn? Als wenn du es schaffst. Aua, aua. Aua, aua. Nein. Oh. Oh, so. Tja. Nein. Was ist jetzt los? Guck mal hier. Ich muss nur noch hier rüber. Nein. Rekan, Rekan, Rekan. Rekan, Rekan, Rekan. Hey. Oh. Rekan. Ja. So, so wie zum Thema Gasgranate. Hier. Das hast du nicht gemacht. Ey, nein. Nein, nein, nein. Ey. Ja. Oh mein Gott, ich bin jetzt gerade so am durchziehen. Oh Gott. Oh. Oh, alles gut. Halt los. Halt los. Ja, er brennt. Geh aus, geh aus. Ja, alles gut. Jawohl. Nein. Oh Gott, ich bin ein Ghost Rider. Ja. Nein. Ah. Wie soll man da lang kommen? So, Kaspar. Bist du schon bereit? Ich sag, wie es ist, ne? Ich platziere nie, wenn du so weiter wachst. Oh. Wow. Mein tolles Fahrrad. Nein. Oh Gott. Jetzt komm schon, ey. Ich hab dich hart endlich. So nicht mit mir. So nicht. Pass auf, ich sag's jetzt. Ich mach's dir nicht einfach. Ich mach's dir nicht einfach. Triggidi, Miggidi, Dibidi, 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 Dibidi. durchgang hier. Weißt du nämlich, was ich, was ich glaube, ich, ich glaube, ich nehme diese Runde. Was soll ich als Waffe nehmen? Soll ich mal einen Sniper nehmen? Ich würde ja dein Auto nehmen, wenn ich du wäre. Oh yeah. Wie, willst du schon wollen durchziehen oder was? Ich zieh durch. Ja, mach doch. 360. 360, 360, 360. Das ist echt noch ziemlich gut, ne? Oh. Ey. Hä? Weg mit deiner Raygun. Bist du rausgekommen da gerade oder was? Ey, Dicke, du ziehst ja übel durch. Ich mach doch nicht den mit mir. Miau. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's mit mir. Reicht's. Ah, nein. Oh Gott. Ja? Oh Gott. Nein. Ja. Ja. Jawohl. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Kann nicht sein. Ja. Jawohl. Als wenn ich da nicht durchgedüst bin. Nein. Oh mein Gott. Wie ich mich gerettet habe. Wie ich mich gerettet habe. So. So, komm ran hier. Ja. Ja. Komm her. Bin ich da rüber oder was? Nein. Hä? Nein. 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 Radel. 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 Ja. Ja. Boah. Schnell. Bettmobil. Bettmobil. Absteigen. Oh. Nein. Oh. Oh. Bettmobil. Bettmobil. So. Jetzt werde ich dich holen, Kaspar. Ich werde dich holen. Ja. Die Ernährungsminen. Er hat sie nicht gesehen. Boah. Nein. Was machst du hier? Sag mal. Nein. Meine Chance. Nein, nein, nein. Ich bin runtergefallen. Okay. Diesmal darf ich die Sohne sogar gar keine Waffen nutzen, sondern nur mein Auto. Was halt auch wirklich schwer sein kann. Nein. Ich bin tot. Was? Ich bin tot. Ich bin vom BMX abgeglitscht und dann ist er so runtergerutscht. Man kennt die. Boah. Backflip wir ihn rüber. Slalom easy durch. So schnell kannst du gar nicht gucken. Oh. Oh was? Oh mein Gott. Du bist einfach nur unterwegs. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Wie fährst du? Schnell nach oben. Schnell nach oben. Als wenn du runtergedübt bist. Ich bin runtergefallen. Habe ich gar nicht gesehen. Ich habe dich nur hochklitschen gesehen. Oh. Komm, Alter. Du bist aber der größte. Oh. 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 ят. World. Nein. Nein. Oh. Ja. Oh. Nein, bitte nicht, du wirst... Aua! Hä? Hä, ich bin richtig durch! Ah! Ah! Oh mein Gott! Das kann nicht sein! Oh mein Gott! Nein, das kann nicht sein! Jetzt hör auf! Ah! Ah! Schnell weg, schnell weg, schnell weg! Nein, nein, nein! Aaaaaaah! Aua! Aua, Aua! Aua! Steh auf! Aua! 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 So viel zum Thema, du machst ein schnelles Ding da raus! Aua! Das kann... Ey Mann, ich schaff diesen Sprung hier nicht, Mann! Was soll denn das hier? Aua! 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 U earlier! Oh mein Gott! O mein Gott! Ey, ich hab's überlebt! I habs überlebt! U aua! Snell weg! Aua! Aua! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so knapp. Oh. Oh. Nein, jetzt bleib stehen, Mann. Oh. Hahaha. Erstens muss ich hier wieder hin. Ah. Oh nein, ich bin schon wieder runter gefallen. Ah. Ich bin hingefallen. Oh Mann. Oh. Ey. Ah. Du Assi. Das war gegen die Spielriegel. Oh. Oh mein Gott. Meine Mutter aufsteht wieder eins. Ey. Jetzt komm schon. Das kannst du keinem erzählen. Das war so. Kannst du keinem erzählen. Ich weiß. Ich versuch hier wirklich. Selbst dein Mutter aufsteht besser als du. So. So. Oh. Ey. Ey Mann. Ich bin doch nicht mal rüber gekommen. Was soll das? Ah. Ah. Nein. Ah. Ey. Ich mach die falsche Taktik. Was ist das denn? Nein. Stark. Oh mein Gott. Nein. Gar nicht. Nein. Nein. Hör auf. Lass mich bitte noch einmal hoch. Lass mich bitte noch einmal hoch. Ich bin schon tot. Hör auf. Du spielst doch mit mir. Sag mal. Ah. Ah. Nein. Jetzt hör doch auf. Ich bin gleich tot. Digga. Ich mach gleich eine Mine an dich. Wenn du dich jetzt nicht... Ich lass die hochgehen. Ich lass die hochgehen. Lass mich auf mein BMX steigen. Ey nein. Damit bin ich in Ordnung. Du bist so eine Sau, Digga. Du bist so eine Sau, Digga. Sau irgendwie Leben hast du eigentlich. Jetzt. Unlauflos. Jetzt hättest du mich einmal da rauf gehen, Lass. Oh. Jawohl. Oh mein Gott. Weil ich fliege. Als wenn du es schaffst. Als wenn du es schaffst. Okay. Okay. Pass auf. Oh nein. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht, Boxer. Oh. 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 Hör mit dem Ding, bitte. Oh. Ja. Ah. Hör auf. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh. Jetzt muss ich nur irgendwie holen. Oh. 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 Oh mein Gott. Das ist doch so schnell mit dem Ding. Oh. Nein. Das dreht, oder? Nein, tut es gar nicht. Es brennt nicht. Oh. So, jetzt einen schönen Quickscope, oder was? Ich quickscope dich. Nein! Oh, ich werde dich holen, Kasper. Oh mein Gott, jetzt wird es hier zum Deathrun. Oh, ich bin eine Hexe! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hau ab jetzt! Lass mich das jetzt zu Ende spielen hier. Oh Gott! Nein! Snacks, Snacks! Ja! Nein, Mann! Wir haben uns auch verdient. Hey, du hast doch eine Idee! Nicht schlecht, ey! Ja, hier bitte!